Nachdenkseiten. Die kritische Website. ZDF zur Nordstream-Sprengung. Von Es muss Russland sein zu Erkenntnisse der Ermittler weisen klar in Richtung Ukraine. Ein Artikel von Florian Warweg. Am 25. August 2023 veröffentlichte das ZDF eine als exklusiv gekennzeichnete Reportage mit dem Titel Nordstream-Anschläge. Fahnder vermuten Andromeda-Crew in Ukraine. Dort wird im weiteren Verlauf ausgeführt, dass alle bisher vorliegenden Erkenntnisse deutscher Ermittler darauf hindeuten, dass die Täter des Anschlages auf eines der teuersten Infrastrukturprojekte Europas aus der Ukraine kommen. Doch dieser Dreh in der ZDF-Berichterstattung hat einen gewaltigen Haken. Denn direkt nach der Explosion ließ das ZDF nichts unversucht den Eindruck zu erwecken, dass eigentlich nur der russische Staat als Täter infrage käme. Ein Rückblick zum Thema in die Abgründe beitragsfinanzierter sogenannter Berichterstattung. Gleich zu Beginn des im Schrifttext verlinkten Beitrages von Ende August 2023 heißt es bei ZDF heute. Die Hinweise verdichten sich. Hinter den Anschlägen auf die Nordstream-Pipelines könnten Täter mit Verbindungen in die Ukraine stecken. Offiziell ermittelt die Bundesstaatsanwaltschaft weiter gegen Unbekannt. Doch nach Informationen von ZDF, Frontal und Spiegel halten mit Ermittlungen Vertraute vor allem die Spuren in die Ukraine für überzeugend. Zu Tatverdächtigen aus Russland gäbe es keine belastbaren Belege. Die bisher vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler wiesen klar in Richtung Ukraine, hieß es. Im Fokus der Fahnder steht weiter ein sechsköpfiges Kommando an Bord der Segeljacht Andromeda. Vor und nach den Explosionen in der Ostsee soll sich die Gruppe in der Ukraine aufgehalten haben. Darauf deuten technische Daten hin, die die Fahnder auswerten konnten. Das erfuhren Spiegel und ZDF aus Sicherheitskreisen. Halten wir fest, das ZDF erklärt ziemlich genau elf Monate nach dem Anschlag, dass laut durchgestochenem Ermittlungsstand alle Erkenntnisse klar in Richtung Ukraine weisen. Und dass im Gegenzug keine belastbaren Belege zu einer russischen Täterschaft vorliegen würden. Was aber weder im Artikel noch in der 36-minütigen Videoreportage von ZDF Frontal erwähnt wird, ist die Tatsache, dass sich das ZDF nur wenige Tage nach dem Terrorakt, denn nichts anderes ist ein Angriff auf zivile Energieinfrastruktur, alles daran gesetzt hat, um mit diversen redaktionellen Tricks den Eindruck zu vermitteln, dass eigentlich nur die russische Föderation als Täter für die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 am 26. September 2022 infrage käme. Exemplarisch für das damalige Vorgehen, dessen transportierte Inhalte im kompletten Widerspruch zu allen nach elf Monaten Ermittlungen vorliegenden Erkenntnissen steht, war die ZDF-Heute-Sendung vom 28. September 2022. Die entsprechende Sendung ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Weiß man, wer dahinter steckt? Was gibt es Neues? So die Einführung der ZDF-Moderatorin an diesem Abend des 28. Septembers. Also keine 48 Stunden nach Bekanntwerden der Zerstörung des rund 20 Milliarden Euro teuren vor, nämlich russisch-deutschen Infrastrukturprojektes. Dann stellt sie die sogenannten Experten vor, die hierfür befragt werden. Als Hauptgast agiert der Experte für maritime Sicherheit in der Ostsee, Göran Swistek von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dieser erfüllt dann auch brav seine Rolle und erklärt, dass angeblich vor allem Russland das Projekt mit Unterwasserdrohnen entwickelt habe. Diese russischen Unterwasseraktivitäten, so der SWP-Experte weiter, hat man vor allem in den letzten acht Monaten ganz stark im Nordatlantik und der Nordsee beobachtet. Er schließt seine Einschätzung nach entsprechend tendenzüser Frage der Moderatorin mit den Worten im Schwerpunkt gerade Russland, die so etwas entwickelt haben. Dass es sich bei der SWP um eine regierungsnahe Denkfabrik handelt, die direkt aus dem Topf des Bundeskanzleramtes finanziert und auf Initiative des Bundesnachrichtendienstes gegründet wurde, wird mit keinem Wort in der ZDF-Sendung erwähnt. Auf die Einseitigkeit der Ausrichtung und Analyse der SWP haben die Nachdenkseiten bereits mehrfach hingewiesen. Für den Fall, dass ein ZDF-Zuschauer, wie der Erwart noch nicht auf die richtige Spur gelenkt wurde, kommt dann noch ein sogenannter Zweite-Experte zu Wort, der mit folgender Anmoderation eingeführt wird, wohlgemerkt keine zwei Tage nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Sprengung. Nur wenige sprechen heute offen aus, was viele für möglich halten, und Militärexperten für wahrscheinlich. Es folgt eine Kunstpause der Off-Stimme. Dass Russland involviert ist. Anschließend wird Experte Nummer zwei vorgestellt, der dänische, in Anführungszeichen, Militäranalyst Anders Puck Nielsen. Der sieht Moskau als Hauptverdächtigen der Zerstörung der Gaspipelines und erzählt dem ZDF-Zuschauer, dass es Russland einen Vorteil bringt, den europäischen Energiemarkt noch weiter zu destabilisieren und diesbezüglich weiter Unsicherheit zu schaffen. Zum Abschluss bringt das ZDF, um wirklich die letzten Zweifel an der Täterschaft Russlands auszuschließen, noch die Brüssel-Korrespondentin Isabel Schäfers ins Spiel. Diese ordnet die Informationslage unter Verweis auf sogenannte ungenannte Experten für die öffentlich-rechtlichen Zuschauer wie folgt ein. Eigentlich sind sich Militärexperten ziemlich sicher, dass es ein staatlicher Akteur und eigentlich auch Russland sein muss. Auf diese Einleitung »Ziemlich sicher, dass es Russland sein muss« aufbauend folgt dann ein ziemlich interessanter rhetorischer Dreh der ZDF-Korrespondentin, die die politische Zurückhaltung in Brüssel und Berlin kritisiert. Obwohl die Militärexperten doch eigentlich schon wissen würden, wer es war. Zitat Aber auf der politischen Ebene ist es auffällig, wie zurückhaltend alle sind. Da gibt es keinerlei Äußerungen, wo direkt Russland attackiert wird. Da sind alle sehr vorsichtig. Auch in Berlin. Da hat man heute nichts gehört. So die Worte der ZDF-Korrespondentin. In einem folgenden, im Schrifttext verlinkten Tweet findet sich ein präziser Zusammenschnitt der Aussagen des SWP und des dänischen sogenannten Militärexperten sowie der Brüssel-Korrespondentin gegenüber dem ZDF. Diese können auch gerne mit der oben verlinkten vollständigen Sendung abgeglichen werden. In dem Tweet heißt es »Zwei Tage nach Sprengung, also am 28. September, als man noch nichts wusste, demonstrierte das ZDF, wie man propagandistische Berichterstattung fabriziert, die nur Russland als Täter übrig lässt. Ein antijournalistisches Machwerk« Zitat Ende Rufen wir uns vor diesem Hintergrund der extrem einseitigen Expertenauswahl und hochtendenziösen Einordnung durch die verantwortliche ZDF-Redaktion nochmals den genauen Wortlaut im Staatsvertrag § 11 Absatz 2 in Erinnerung. Dort heißt es »Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrages die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.« Die dem Bundesinnenministerium unterstehende Bundeszentrale für politische Bildung ergänzt in diesem Zusammenhang übrigens noch folgenden Aspekt in einem verlinkten Artikel zu Medienpolitik und Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zitat Von der Einhaltung dieses Programmauftrages kann auch die Berechtigung des Rundfunkbeitrages abgeleitet werden. Zitat Ende Noch peinlicher als beim ZDF gestaltet sich vor dem skizzierten neuen Ermittlungserkenntnissen die Berichterstattung von NTV und dem früheren CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zur Causa Nord Stream-Anschlag. Dieser gerade skandalgeschüttelte CDU-Kader, Sie erinnern sich an seine trunkene Äußerung, »Ihr seid ja schlimmer als KZ-Wächter«, erklärte erst letzten Monat in Bezug auf die Rolle der Andromeda-Yacht. Diese Spur führt eindeutig nach Russland. Und damit ist klar, Russland war an diesem Anschlag beteiligt. Auf Twitter kommentierte Matthias M. dies mit den Worten »Irgendwo zwischen Plapperei für Heimatfrontsender, erblindender Ideologie, Desinformation und Propaganda« wird es wohl angesiedelt sein. Der Tweet ist im Schrifttext verlinkt. Doch der zentrale Unterschied in der Bewertung liegt darin, dass Kiesewetter und Co. nicht dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes unterliegen. Und daher der Anspruch an eine ZDF-Berichterstattung zum Thema um einige Messlatten höher liegt. Und dieser Anspruch sollte auch weiterhin vehement eingefordert werden. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter unserem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.